Es ist viel passiert in den letzten Tagen. Die Credit Suisse wurde von der UBS übernommen und nach dem Vorfall der Silicon Valley Bank stellt sich die Vertrauensfrage und man fragt sich, wer hat vielleicht ebenfalls noch Leichen im Keller. Was die Rohstoffmärkte dazu sagen und welche Veränderungen es in den Märkten mit einer Sondersituation nach COT-Daten gab, seht ihr hier im wöchentlichen Rohstoffmarktbericht von Insider Week für die Kalenderwoche 12. Los geht's! Hallo zusammen, mein Name ist Sascha und ich zeige euch heute den aktuellen Rohstoffmarktbericht von Insider Week für die Kalenderwoche 12 und natürlich die Analyse einiger interessanter Märkte und das Wetter. Vorab haben wir noch eine erfreuliche Mitteilung für euch. Max wurde zum diesjährigen Finanzkongress eingeladen und hält einen Vortrag über das Thema Trading mit Rohstofffutures am Donnerstag, den 23.03.2023 um 20.30 Uhr. Wer den Vortrag gerne verfolgen möchte, bekommt die Möglichkeit, sich über den Link in der Videobeschreibung für die Veranstaltung kostenfrei anzumelden und somit dann dabei sein zu können. Dann starten wir direkt los mit einem Blick auf das globale Wetter und den bekannten Wetterphänomen. Das Ende von La Nina wurde jetzt erwartet, da sich die Meerestemperaturen im Pazifik seit einiger Zeit wieder normalisiert haben und bereits letzte Woche von der NOAA für beendet erklärt wurden. Die Auswirkungen von La Nina werden allerdings noch ein paar Wochen anhalten, weil vor allem die Atmosphärentemperaturen noch nicht auf neutralem Niveau waren. Man erwartet in Folge dann ein Enzo-neutrales Umfeld bis zum dritten Quartal 2023. Im Anschluss dessen könnte sich dann laut den neuesten Modellen ein El Niño im dritten Quartal 2023 entwickeln und die gewöhnlichen Wetterverhältnisse für die betroffenen Regionen für diese Zeit dann umkehren. Schauen wir uns einmal die Wetterverhältnisse für die Rohstoffe in dieser Analyse an und starten mit Westafrika, was vor allem für Kakao eine Rolle spielt. Die Saison der Hamattanwinde, die heißes und trockenes Wetter bringen, ist in der Region Westafrika nun endgültig vorbei. Für die kommenden zwei bis drei Wochen wird in der Region mit mehr Regen gerechnet, was natürlich dann der Ernte für Kakao jetzt sehr stark in die Karten spielen kann. Bereits letzte Woche konnte man zunehmende Niederschläge vermelden, die vor allem in West- und auch Zentralafrika fielen und die Aussichten für die Frühsaison im April verbesserte. In den meisten Gebieten südlich und nordöstlich von Argentinien wird ebenfalls genug Regen erwartet, um die Feuchtigkeit des Oberbodens jetzt zu erhöhen. In Woche zwei des Ausblicks wird mit zusätzlichem Regen gerechnet. Das kommt natürlich dann den unreifen Sojapflanzen zugute. Auch in Brasilien werden die Bedingungen überwiegend günstig sein. Das heutige Modell zeigt eine sehr wahrscheinliche Verringerung der Niederschläge in Woche zwei der Vorhersage, was für das Vorankommen in den Teilen des Landes bei der Feldarbeit sehr hilfreich sein wird. Das war es erstmal zum Wetter. Machen wir weiter mit einem Blick auf den US-Dollar und den CRB-Index und aufgrund der aktuellen Nachrichten auch einmal mit einem Blick auf die globale Wirtschaft. Diese Woche findet ein FOMC-Meeting statt und der Markt geht mittlerweile zu knapp 73% laut dem FedWatch-Tool der CMI davon aus, dass die Fed um plus 0,25% anhebt, was zumindest momentan eingepreist ist. Der Rest geht davon aus, dass die Fed bereits den Zinssatz unverändert lassen wird. Das Ganze allerdings nicht, weil die Inflation jetzt bereits beendet wäre, denn obwohl die letzten CPI-Daten natürlich besser waren, stehen wir immer noch aktuell bei 6,0% Inflation in den USA. Vielmehr dürfte der momentane Druck auf die Fed aufgrund der Bewegungen in den Anleihenmärkten der Grund sein. Der Spread, also die Differenz zwischen der 10-jährigen und der 2-jährigen Rendite der US-Anleihen, ist seit Juli letzten Jahres nämlich invertiert. Und jeder der letzten 8 US-Rezessionen gingen eine Umkehr zwischen den 10- und auch den 2-Jahres-Treasury-Notes voraus. In der vergangenen Woche ist die Rendite der 10-jährigen T-Note um 103 Basispunkte unter die Rendite der 2-jährigen T-Note gefallen. Das Ganze gab es zuletzt vor 42 Jahren. Man kann also aktuell davon ausgehen, dass eine Rezession kommen wird oder sie vielleicht auch schon da ist. Im vergangenen Jahr hat der S&P GSCI Commodity Index, der 24 verschiedene Rohstoffe entsprechend seines Werts ihrer jährlichen Produktionsmenge mit immer den jeweils aktuellen Preisen zueinander gewichtet, knapp 50% seiner Gewinne zwischen Mai 20 und März 22 wieder eingebüßt. Es ist momentan mit weiteren Rückgängen zu rechnen, da die Rezession und auch der Bärenmarkt die Vermögenspreise in diesem Jahr weiter unter Druck setzen. Und die Nachrichten aus dem Bankensektor zeigen natürlich auch deutlich, dass die Zinserhöhung jetzt nicht spurlos an den Banken vorbeigegangen ist oder vorbeigeht. Es ist ja immer so, wenn wir eine lange Niedrigszinsphase hatten und die Leitzinsen dann erhöht werden, vor allem in so einem Tempo, dann brennt bei den Banken natürlich erstmal der Dachstuhl. Die Credit Suisse, die ja jetzt schon seit Jahren immer wieder negativ auffiel, wurde jetzt für rund 3,3 Milliarden von der UBS übernommen, was wohl das kleinste der drei Übel war. Aber das grundsätzliche Problem ist natürlich die Vertrauensfrage. Welche Bank hat vielleicht bei der Kreditvergabe in den letzten Jahren hochgepusht? Wer hat sehr kurze Laufzeiten gewählt für die Refinanzierung der langjährigen oder langlaufenden Kreditgeschäfte und muss es jetzt dann vielleicht teuer bezahlen? Und dann haben wir natürlich noch die Anleihen, die oft zwar zur Sicherung gedacht sind oder gedacht waren, die aber jetzt natürlich keine Nachfrageseite mehr bei den alten Corporations haben und immer mehr im Wert fallen. Die müssen zwar natürlich jetzt aktuell nicht direkt verkauft werden und somit verbucht werden, aber irgendwann kommt es ja und man muss jetzt dann einfach mal sehen, wie sich das Ganze im Zinsumfeld dann verhält für die Banken. Kurzer Blick auf den Dollarindex. Letzte Woche gab es hier ein Kaufsignal nach COT-Daten, welches aber wieder aufgehoben wurde. Diese Woche warten wir auf einen weiteren grünen Balken erstmal, um das Kaufsignal zu bestätigen. Es ist also eine Schlüsselwoche, um jetzt erstmal den Trend zu identifizieren. Entscheidend ist jetzt natürlich, wie die Nachrichten zur Bankenlage in den USA weitergehen und was vor allem jetzt die FED am Mittwoch machen wird. Dann der kurze Blick auf den Chart. Was sehen wir? Man hat es hier nicht geschafft, über dieses Niveau hier neue Schlusskurse zu setzen. Somit muss man jetzt erstmal von Schwäche ausgehen für die Bewegung. Jetzt muss man mal sehen, ob der Markt jetzt erstmal hier sein Level hier nochmal testet oder ob er dann das Ganze hier bestätigt und sein Abwärtstrend wieder aufnimmt und dann die nächsten Levels hier und hier antestet. Aber wie gesagt, entscheidend wahrscheinlich jetzt erstmal FED-Sitzung und natürlich die News zum Bankensektor. Dann schauen wir uns nochmal den CRB-Index an. Wir sehen jetzt hier, dass der Markt hier nach unten ausgebrochen ist und somit jetzt auch das fundamentale Bild bestätigt hat aufgrund der Nachrichtenlage. Vorab ging man ja noch davon aus, dass es nach oben ausbrechen könnte, aber die Fundamentalseite hat jetzt das Ganze bestätigt und jetzt hat der Markt erstmal Luft auf seinen nächsten Levels in diesem Bereich, auch in diesem Bereich. Und jetzt muss man mal sehen, was hier passiert. Aber momentan gehen wir von fallenden Rohstoffpreisen aus. Kommen wir zum ersten Markt in der Prognose und starten mit dem Update im Kakaomarkt. Man hält momentan noch an einer rückläufigen Haltung gegenüber Kakao fest, da man ein Überangebot befürchtet. Die Produktionsdaten blieben gegenüber der letzten Woche unverändert. Laut der ersten Prognose der International Kakao Association für die Saison 2022-23 dürfte das weltweite Kakao-Angebot im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor um 4% auf 5,02 Millionen Tonnen steigen. Und die Prognose für die globale Kakaoverarbeitung wurde um 0,6% auf 5,03 Millionen Tonnen gesenkt. Für Europa wird ein Rückgang der Kakao-Nachfrage um 2,4% auf 1,801 Millionen Tonnen erwartet. Und für die USA wird ein Rückgang der Kakao-Nachfrage um 1,2% auf 922.000 Tonnen erwartet. Allerdings rechnet die ICCO für die Saison 2022-23 auch mit einem Angebotsdefizit von 60.000 Tonnen. Dann schauen wir uns einmal die Wettereinflüsse in der westafrikanischen Region an. In der Region Westafrika ist aktuell der Prozentsatz der normalen Niederschlagsmenge hoch, was für die Blüte der Kakaobäume sehr günstig ist. Allerdings wird in der Region auch für die nächsten Wochen noch mehr Regen benötigt. Kurzer Blick in den Future. Nach wie vor befinden wir uns oben hier in seinem Preisbereich, wo der Markt sehr oft den Verkaufspreis akzeptiert hat. Der Preis ist gefallen, hat jetzt hier natürlich an seinem Level erst mal reagiert. Und jetzt muss man mal schauen, hat ein bisschen stärker reagiert, als erwartet wurde. Jetzt muss man einfach mal sehen, wann der Markt hier seine Bewegung wieder aufnimmt, um dann einfach hier die Tiefs rauszunehmen und dann gegebenenfalls weiterlaufen zu können. Saisonalität spricht erst mal für fallende Preise. Alles weitere dann wie immer bei uns in der Telegram-Gruppe. Und wenn wir das Ganze nochmal zusammengefasst anschauen, dann sehen wir, dass für fallende Preise vor allem das jetzt günstige Wetter aufgrund des Endes des Hamartanwindes spricht, sowie die höhere Produktion bei momentan eher schwacher Nachfrage international. Auch die Saisonalität und das technische Bild sprechen eher für Short. Kommen wir zum nächsten Markt in der Prognose und das ist Sojabohnen. In Brasilien hat die Sojabohnenernte jetzt im März begonnen und wird bis Juni andauern. Und in Argentinien beginnt die Ernte Mitte April und dauert dann meist bis Juni. Der Beginn der Erntesaison führt natürlich zu einem Überangebot an neuen Kulturen und wirkt sich somit erst mal negativ auf die Preise aus. Die Prognosen für das weltweite Angebot und die Nachfrage nach Sojabohnen für 2022-23 gehen von einer geringeren Produktion und auch geringeren Beständen aus. Die Änderungen bei Angebot und Verwendung von Sojabohnen in den USA für 2022-23 beinhalteten höhere Exporte, niedrigere und geringere Endbestände im Vergleich zum Bericht des letzten Monats. Der weltweite Handel mit Ölsaaten ist aufgrund höherer Soja-Exporte um 1,9 Millionen Tonnen auf 199,9 Millionen gestiegen. Die Sojabohnenexporte aus Brasilien und auch den USA sind höher und die Einfuhren, also die Importe aus Argentinien sind ebenfalls höher, um eben die Produktionsverluste teilweise dann auszugleichen. Auch für den Iran und die Türkei sind die Sojabohnenimporte gestiegen. Kurzer Blick auf das Wetter. Der für nächste Woche angekündigte Niederschlagsschub in Argentinien wird in einem Teil des Landes zu spät in der Saison kommen, um einfach nochmal jetzt eine dramatische Verbesserung der Produktion zu bewirken. Die jüngsten Modelle zeigten wenig Veränderungen im erwarteten Niederschlagsmuster in Argentinien in der ersten Woche des Ausblicks und auch für die meisten Gebiete im Süden und Nordosten wird ausreichend Regen erwartet. Die für die nächsten zehn Tage erwarteten leichtere Niederschläge in Brasilien, vom nördlichen Rio Grande bis zum südlichen Minas Gerias, werden die Sojabohnenernten auf jeden Fall vorantreiben. Die Bedingungen waren überwiegend günstig und das heutige Modell zeigt auch eine Verringerung der Niederschläge in Woche 2 des Ausblicks für die Teile des Landes, wo eben momentan die Feldarbeit stattfindet, was natürlich auch sehr, sehr hilfreich dazu ist. Dann ein Blick in den Chart. Was sehen wir? Man kann hier schön sehen, dass der erste Bereich, in dem Verkauf wurde, hier oben stattfand und jetzt auf tieferem Niveau die nächsten Verkaufssignale reinkamen. Wir sehen, dass der Markt zuletzt sehr ausgeglichen in einer sehr engen Range gelaufen ist, mit keinen nachhaltigen Impulsen und die Commercials haben aktuell ihre Position auf jeden Fall netto short erhöht und jetzt muss man einfach mal sehen, ob der Markt es schafft, hier die letzten Levels rauszunehmen, dass wir erstmal von Schwäche ausgehen können und dann wäre auf jeden Fall noch einiges am Platz nach unten. Sojabohnen sind also aufgrund des stärkeren internationalen Handels in Form von höheren Exporten und natürlich auch Importen der günstigen Wetterbedingungen und der Saisonalität eher rückläufig. Das Bild im Chart sieht momentan auch erstmal gut aus. Die Commercials hat netto extrem short, was auch erstmal für eine fallende Tendenz spricht. Allerdings gibt es noch den Hinweis, hier auf jeden Fall darauf achten, in diesem Markt sind wir momentan noch in einer Backboardation. Dann kommen wir als nächstes zu den Märkten, die Chancen auf langfristige Trends nach COT-Daten bieten. Diese Signale eignen sich vor allem für kleinere Konten, um auf längerfristige Trends zu spekulieren und so seine Verlustgrenze und sein Risikomoneymanagement unter Kontrolle zu halten. Vorab nochmal der spezielle Risikohinweis. Wie immer gilt, Insiderweek zeigt hier nur die persönliche Sicht der Märkte auf und das soll keine Kaufempfehlung sein oder auch direkte Aufforderungen zum Handel. Es gibt wie immer keine Garantien und es kann durchaus sein, dass manche Trades mehrmals umgesetzt werden. Wer das Ganze nochmal in Ruhe lesen möchte, gerne das Video pausieren und dann geht es direkt weiter. Dann starten wir mit dem ersten Markt, nämlich Weizen und schauen, was hier seit letzter Woche passiert ist. Im Weizen hat der Markt erstmal nicht das bestätigt, was angenommen war. Es wurde hier nicht wie erwartet gekauft, sondern der Markt hat erstmal Schwäche gezeigt und auch sogar neue Schlusskurse etabliert. Und jetzt muss man mal sehen, nachdem wir hier wieder eine Kaufwoche haben, ob das Ganze nur eine Übertreibung war, ein Fake vielleicht und der Markt jetzt wieder zurückkommt in sein Level oder ob er hier einfach nur einen kurzen Retest macht und dann weiter abverkauft wird. Nach wie vor haben die kommerziellen Insider die größte Netto-Long-Position seit 5,1 Jahren und auch die Fonds halten die größte Netto-Short-Position im gleichen Zeitraum, was Weizen erstmal als spekulativ überverkauft kennzeichnet und somit eher für Long spricht. Der nächste Markt ist Natural Gas. Was ist dem Erdgas passiert? Nach wie vor hier unten unser Bereich. Der Markt hat hier das erste Mal reagiert an diesem Level. Wurde jetzt hier aber weiter abverkauft und er hat immer noch Luft nach unten in dieses und auch in dieses Level. Und jetzt muss man einfach mal sehen, was hier passiert. Trotzdem, nach wie vor, kommerzielle Insider haben die größte Netto-Long-Position seit 2,8 Jahren und die Fonds im gleichen Zeitraum natürlich dann die größte Netto-Short-Position. Erdgas gilt nach wie vor als spekulativ überverkauft und Tendenz steigend. Dann schauen wir noch einmal kurz zum kanadischen Dollar. Kanadischer Dollar gilt aktuell als Kaufkandidat. Die Commercials haben hier die größte Netto-Long-Position seit 3,7 Jahren. Was ist passiert? Der Markt hat hier sein Leck ausgebildet, ist jetzt hier auf sein Level getroffen, hat er hier auch reagiert und jetzt hat er diesen Level schon abgearbeitet. Jetzt muss man mal sehen, ob er es schafft, sich dann hier im kleineren Timeframe mit einem Trendbruch zu etablieren, um dann hier die neuen Hochs hier anzugreifen und dann steigende Kurse zu generieren. Dann schauen wir uns auch noch kurz Gasoline an. Gasoline, der Markt, der eine Sondersituation für Max gebildet hatte, hat sich jetzt hier als Verkaufskandidat durchgesetzt. Die kommerziellen Hedger haben hier die größte Netto-Short-Position seit 1,9 Jahren. Die Fonds halten die größte Netto-Long seit 2 Jahren mittlerweile. Benzin hat hier reagiert. Es wurde hier abverkauft, es hat hier das erste Level hier auch unterschritten und könnte dann gegebenenfalls auch noch weiteres Potenzial haben. Dann auch noch der kurze Blick auf Lean Hawks. Im Schweinemarkt ist die Situation nach wie vor so, dass die Fonds die größte Netto-Short-Position seit 4,6 Jahren haben. Die Commercials hier sind mittlerweile Netto-Long. Allerdings hat der Markt hier nicht reagiert und wurde hier erstmal wieder abverkauft. Der Markt bewegt sich hier zu diesem Level und jetzt muss man mal sehen, ob er sich dann hier sammeln kann und Stabilität gewinnt oder ob wir weitere neue Tiefs sehen könnten. Und der letzte Markt ist Kakao. Kakao-Markt wurde bereits vorhin angesprochen. Der Markt hat hier reagiert an zum Level und wurde jetzt erstmal abverkauft. Befindet sich hier in diesem Level. Diesem Markt ist Max auch investiert. Und wer hier die Neuigkeit nicht verpassen möchte und das Ganze verfolgen will, der ist herzlich eingeladen, sich in der Abo-Gruppe anzumelden. Den Link dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das für diese Woche mit der Marktanalyse. Vielen Dank für eure Zeit, euch allen erfolgreiche Trades und eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.